Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Franziska Klausner. Ich bin 17 Jahre alt und besuche die dritte Klasse der Handelsakademie Schwarz in Tirol. Heute möchte ich zum Thema Zukunft, Hoffnung statt Angst, jetzt erst recht eine Rede halten. Übersetzt heißt das, wer viel redet, verletzt auch viel. Diesen Satz bekam ich im vergangenen Sommer öfters von meinen Verwandten zu hören. Als wenn ich am Telefon meinen Geschwistern über die katastrophalen Zustände im Heimatland unserer Mutter berichten wollte. Damit wollten sie mir beibringen, dass man in diesem Land vorsichtig sein soll und genau darauf achten soll, worüber man redet und was man wie sagt. Denn das dritte Ohr hört immer mit, die Wände haben hier Ohren. So wurde das ausgedrückt. Für mich war diese Erfahrung sehr schmerzhaft, denn ich bin in Österreich, einem freien Land aufgewachsen, und trage mein Herz auf der Zunge, wie man hier so schön sagt. Llevo mi corazón en la manga. Nun war ich wochenlang mit meiner Mutter in diesem Land und durfte mit niemanden offen über die herzzerreißenden Erlebnisse auf der Krankenstation sprachen, wo wir hilflos meiner schwer kranken Großmutter beim Leiden zusehen mussten. Wenn ich meine Wahrnehmungen offen nach außen getragen hätte, wäre das in diesem Land als Provokation empfunden worden und hätte meine Verwandten große Nachteile im täglichen Leben beschert. Aber zurück zum Anfang, ich denke immer wieder an die Momente, als meine Mutter die Koffein für unsere Reise gepackt hat. Da waren vor allem Medikamente, Hygieneartikel, Spielzeuge, Lebensmittel, Kinderkleidung und viele andere Dinge, die sie zwischen unseren wichtigsten Reiseutensilien gepackt hat. Ich konnte zu diesem Zeitpunkt nicht verstehen, warum man so etwas für die feine Reise brauchen würde. Es la necesidad en este país, mi niña. Man kann dort nicht einfach zum Arzt gehen oder Menstruationsartikel wie Tampons in einer Drogerie kaufen, große Auswahl im Supermarkt, von wegen. Simplemente, no se puede ir a medico o comprar productos de Hygiene en una droguería, gran selección en el supermercado, de ninguna manera. Für meine Klassenkameraden ist das unvorstellbar. Dos meses sin internet y después esa situación mega difícil. Seit meiner Rückkehr habe ich inzwischen unzählige offene Gespräche geführt und versucht, die Dinge ein bisschen einzuordnen. Pero cuando pienso en los largos días de verano en la isla, que es un destino turístico de muchas personas, me llena de desesperación. Wie soll es da eine gute Zukunft für meine Verwandten geben? Die Bevölkerung wird aus meiner Sicht völlig ausgebeutet und die Obrigkeit versucht es um jeden Preis zu vertuschen. Falls jemand auf die Idee kommt, diese ungeschriebenen Gesetze zu brechen, hat nicht er oder sie mit entscheidenden Konsequenzen zu rechnen, sondern auch Familienangehörigen, Kinder, Eltern oder Großeltern. Si a alguien se le ocurre de ignorar esas leyes inescritas, no solo él o ella tienen que contar con consecuencias drásticas, sino también otros de su familia, como sus hijos, abuelo o padre. Sie müssen mit allem rechnen, wie zum Beispiel mit dem Verweigern bestimmter Rechte. Es sind auch schon Leute einfach verschwunden. Oder ihre Angehörigen. Ja, sie haben richtig gehört. La gente simplemente ha desaparecido o sus familiare. Es spricht für sich, dass ich nicht einmal den Namen dieses Landes aussprechen darf. Und trotzdem gebe ich die Hoffnung nicht auf, dass es einem eines Tages ein freies Leben für die Inselbewohner geben wird. Meine Abuela murió in der Früh, aber die wunderbarer Moment, mit dieser unglaubliche Frau, die eine große Modelle für mich, auch gemacht hat. Es ist auch eine gute Zukunft. Abuela, danke für den großen Moment und dein positiver Charisma. Sie werden immer positiv. Sie werden immer meine Frau, immer du siehst. Und ich hoffe, dass wir alle auch. So dass wir in einem mehr pacifischen und glücklich leben können. Ich wende mich nun an Sie und versuche Ihnen, von diesen schrecklichen Ungerechtigkeiten zu berichten, ohne dass ich dadurch ein Risiko für meine Verwandten darstelle. Definitivamente will ich nichts sagen, besser als es. Aber es ist mir wirklich ein Anliegen, dass Sie bei Ihrer nächsten Reise versuchen, hinter die Vorhänge der Touristica zu schauen. Was ist wirklich in diesem Land los? Wie geht es den Einheimischen dort? Wer profitiert von allen Umsätzen der Shopping-Malls? Wie geht es der Masseurin, die den Rücken glatt streift? Wie geht es den Familien, die Kinder, die Kinder fahren zur Schule? Und wenn Sie wieder zu Hause sind, freuen Sie sich ganz bewusst über all die Privilegien, die wir hier in Österreich genießen dürfen. Sagen Sie das ruhig auch den anderen. Dann hat Ihre Reise auch einen nachhaltigen Nutzen, finde ich. Für Sie und Ihre Freunde und Familienangehörigen. Verbreiten Sie die Nachricht. Wir können laut aussprechen, was uns stört. Wir können in das österreichische Parlament gehen, uns informieren und frei unsere Meinung aussprechen. Das ist nicht selbstverständlich und das war auch nicht immer so. Wie müssen es passieren, damit es uns störtlich und möglich sein. Wie müssen Sie das nicht einfach passieren? Wir sehen uns.